Wir waren ja gemeinsam bei einer Konferenz in Genf, also Anfang Juli, Anfang Juli war das, ja. Das war ein spezielles Erlebnis, glaube ich, für uns beide. Und es freut mich, gerade auch zu dem Thema Werte, weil da haben wir so viele gemeinsam, dass er heute zu uns gekommen ist. Ich habe mir überlegt, was ich sage.